Das ist ja lebensgefährlich, man könnte sich ja am Ende noch tot lachen, aber ich wollte ganz was anderes sagen. Ich wollte es nämlich hinweisen, auf nächsten Mittwoch, die Rallye Monte Carlo 87 wird Ihnen präsentiert von Willi Knüpp. Rallye Monte Carlo, Ansichten und Aussichten über den Rallye-Sport am 4. März ab 22.50 Uhr bei RTL Plus. Ist der Leichtsinn vieler Rallye-Zuschauern noch zu verantworten? Wie wissen die Piloten, wann sie wo welche Reifen fahren müssen? Über Eisspione, Profis und Privatfahrer informiert Sie Willi Knüpp am 4. März um 22.50 Uhr bei RTL Plus. Bringt das Verbot der Gruppe B-Rallye-Renner wirklich mehr Sicherheit? Als Studiogäste begrüßen wir Walter Röhrl, zweifacher Weltmeister und vierfacher Sieger der Monte. Und Co-Pilot Peter Diekmann, amtierender Weltmeister der Gruppe A. Falls Sie selbst einmal von dieser Startrampe mit einem solchen Auto fahren wollen, nämlich um die Monte 88 zu begleiten, dann sollten Sie sich einschalten. Diese Rallye-Reise für zwei Personen können Sie gewinnen. Gold, unvergängliche Schönheit von bleibendem Wert. Goldbarren, Goldstücke, Goldmünzen, Goldkonten, Goldzertifikate. Von Ihrer Goldbank in Luxemburg, der Bank General du Luxembourg. Auf Wiederhören! Oh, der ist doch weich! Schon wieder ein Neuer? Nein, nur mit Perwoll gewaschen. Oh, so, mit Perwoll! Oh! Wie weich! Neu? Nein, aber mit Perwoll gewaschen. Das muss ich haben. Ja! Oh, weich! Die ist neu! Jetzt geht's los. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu Dallas. Gäste heute Abend dabei sind Uli Putowski, unser Kollege vom Sport. Dann Petra, die deutsche Disco-Queen. Sie ist inzwischen auch Euro-Queen. Das hat sie letztes Jahr gemacht. Wen haben wir noch? Rex Gildo, den Schlagersänger. Und Kurt Kiesewetter. Ich kann Ihnen nur versprechen, da geht die Post ab. Es ist ein super Abend. Übrigens die 51. Sendung hier aus dem Interconti in Luxemburg, Dallas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke, danke. Womit habe ich das verdient? Wohl doch. Wohl doch, habe ich es verdient. Doch bevor wir die neueste Folge von Dallas beginnen, es ist glaube ich die 51. Ja, vor 14 Tagen hatten wir die 50. Was gibt's denn da zu lachen? Beginnen wir mit einem Duo, und zwar Karnevalssänger, die Flamingos, mit dem Titel Wenn ich, wenn ich an Gölle denke. Die Flamingos. Applaus Er ziehlich das Wund weg von Köln Er trug zu dem Jungen in Berlin Doch nur öffne Woche, doch kommt dann Le Brie für den Mann an der Ring Wenn ich, wenn ich an Köln denke, und an unser Wege An all die herrlich langen Nächte unter Eck Und noch der Dorn der Blick Et nags wunderschälen sick Dat sind so deep in mir Dat nimm ma keiner weg Das Heimweg wurde schlimmer und schlimmer Et Zilli, dat war halt ganz krank Doch sagt an der Peter zum Zilli Ich wollt jetzt den Koffer vom Schrank Wenn ich, wenn ich an Gölle denke, und an unser Wege An all die herrlich langen Nächte unter Eck Und noch der Dorn der Blick Et nags wunderschälen sick Dat sind so deep in mir Dat nimm ma keiner weg Ach, wie doch Berlin ist so herrlich Die kriegt ma auch so wilde Sinn Doch glück mir so bloß und so glücklich Werd ich nur in Köln am Ring Wenn ich an Gölle denke, und an unser Wege An all die herrlich langen Nächte Wenn ich an Gölle denke, und an unser Wege An all die herrlich langen Nächte unter Eck Und noch der Dorn der Blick Et nags wunderschälen sick Dat sind so deep in mir Dat nimm ma keiner weg Dat sind so deep in mir Dat nimm ma keiner weg Wenn ich an Gölle denke, was heißt das auf Hochdeutsch? Wenn ich an Köln denke Ja, und ihr habt gestreifte Hemden an und habt Ausgang bis wann Das hängt davon ab, wie es uns hier gefällt Nun gerade mitten in der Hochzeit des Karnevals Da lässt man auch solche Leute mal frei rumlaufen Ja, und äh... Welche Leute? Die lässt man ja auch frei rumlaufen So, jetzt einfach Nun ein bisschen auf euch eingehen Ihr seid die Flamingos Warum nennt ihr euch Flamingos? Weil ihr nur auf einem Bein steht? Nee, ich glaube wir stehen schon ganz fest am Boden Es ist also so Der Name ist einfach entstanden bei irgendeiner Probe Das hat also gar keine Auswirkungen Hätte auch die Krokodil sein können Hätte auch die Krokodil sein können, genau Oder die Pelikane, ja? Ja, klar Die Pelikans wäre auch nicht schlecht, nicht? Nein, aber es gab ein Kölnchen Hühner Und da haben wir gedacht, warum nicht Flamingos, ne? Ja, ja Da war ja einer, der da mit seiner Frau nach Grönland fuhr Und sieht da so einen Pelikan Da sagt sie, guck mal, von dem Pelikan hätte ich auch gerne mal einen Pelzmantel Jetzt habe ich den Gag vermasselt Da sagt die Frau, das sind Pinguine Und da werden Füllfederhalter draus gemacht Naja Naja, warum auch nicht mal eine Bränke verhauen Ich danke euch, vielen Dank für den schönen Auftritt Ein guter Einstand für eine neue Folge aus Dallas Und nun Dann kommen wir auch dazu, dass ich mich auch setzen darf Denn im Sitzen lässt sich's also leichter moderieren Das wissen auch unsere Nachrichtensprecher Ich seh da zufällig ein, im Publikum sitzen Warum hast du nicht eigentlich auch die Pfeife, wenn du moderierst? Ja? Das ist etwas seriöser, eure Sendung, die muss seriös aufgezogen werden Naja, das verstehe ich auch, es muss auch eine Message rüber bei euch Aber wir machen nun mal die nackte oder angezogene Unterhaltung Und da darf ich gleich meinen ersten Gast begrüßen Er kommt aus Nordfriesland Nordfriesland, das liegt also südlich von Dänemark Und nördlich von Hamburg Sie kennen ihn alle? Oder auch nicht? Vielleicht doch? Wenn nicht, ist mir das auch egal, ob Sie ihn kennen Zumindest werden Sie ihn heute kennenlernen Nicht immer, wenn dann alle oder gar nicht, ja? Ich bin einer der wenigen Künstler, die auch den Misserfolg genießen Hätte ich nicht gedacht, dass an der Stelle geklatzt wird Das geht ja auch nicht gegen mich Ich freue mich auf Knut Kiesewetter Komm da, Rudi Weil du keine Frau bist, bin ich halt sitzen geblieben, verstehst du? Ja, bei einer Frau stehe ich immer noch auf Ja, du bist schon lange Sitzenbleiber gewesen, denke ich, ne? Na, ich hatte also auch schon mal Frauen in meiner Sendung, ja? Wieso Sitzenbleiber? Wirst du auf meine Vergangenheit oder auf was willst du? Na, ich frag mal nach Ja, frag doch mal nach Frag mich doch mal was Ja, du kommst aus Ostfriesland und da kann man eigentlich gar nicht sitzenbleiben Warum nicht? Na, ich hab gedacht, an den Ostfriesen-Schulen gibt's das gar nicht Ich hab im Übrigen wirklich, die meisten Ostfriesen-Witze sind ja blöd, das weißt du, ne? Aber neulich hab ich einen gehört, der war wirklich gut Lass es Warum haben die Ostfriesen immer eine leere Schnapsflasche im Kühlschrank? Es könnte ja mal einer kommen, der nichts trinkt Aber ich hab noch was deiner Erklärung hinzuzufügen Nordfriesland, dänische Grenze, hat er gesagt Das muss man sich ganz einfach vorstellen wie auf der Landkarte Ne? Also hier geht also die von Ihnen aus gesehen Hier ist dann die Ostsee, da die Nordsee Da quer läuft die deutsch-dänische Grenze An dieser Seite, also an der Nordsee-Seite Da sitzt, also direkt unterhalb dieser Grenze sitzt Nordfriesland Da und unten drunter hängt die Bundesrepublik wie so ein Laschersack Laschersack, deswegen hab ich dich auch eingeladen Wollen wir es gleich machen, siehst du gleich deinen Titel und dann unterhalten wir uns oder sollen die Leute noch so lange zittern? Na gut, dann machen wir das Je eher daran, je eher davon, sagt man bei uns Bitte was? Je eher daran, je eher davon Was heißt je eher? Je eher Ja, ich heißt eher, das ist also eine Zweierverbindung Richtig Je verheirateter, der? Der Mann? Beziehungskiste heißt das heute Zweierkiste Ja Du lebst ja auch in einer Zweierbeziehungskiste Richtig, ja Du hast ein ambivalentes Verhältnis Wie lange bist du denn schon Wie lange ist deine Frau, musste die denn schon mit dir verheiratet sein? Die musste jetzt schon 18 Jahre mit mir verheiratet sein Ja, und es gibt nichts Besseres Aber deine Frau ist nicht die Frau, die du besinkst Sondern du besinkst die Frau Früh Frühschmidt Frühschmidt Und da gehst du bitte mal in die Deko Wir haben ja hier nun auch für dich einiges aufgebaut Sie hören jetzt Knut Kiesewetter mit seinem Titel Frühschmidt 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 Ganz kräftig schludern hört Und da wusste ich auch hier bin ich Aber da war mal verkehrt Da käme so geil her zu mir und sag Und ach, mein Schong Ich bin der Krägerin Frühschmidt Ich bin der Krägerin Frühschmidt Du mit Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Süß, wohl, schön, Frühschmidt Süß, wohl, schön, Frühschmidt Ich bin der Krägerin Hast du das zu laut, du hätten wir in unsere ganze Stadt Das sind die Leute gut, du Frühschmidt Doch kriegst du schon mal was Schwarz Uhr ist mein Liebgericht Das Beste von der Welt Ich zähl mir hin und reib Frühschmidt Und hef mir das bestellt Das ist der Kräger, schön, zu mir Das deit mir leid, mein Schong Ich heb bloß ein Gericht für dich Und das ist aus dem Tom Frühschmidt Frühschmidt Du mit Du mit Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Süß, wohl, schön, Frühschmidt Süß, wohl, schön, Frühschmidt 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 Du mit Du mit Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Süß, wohl, schön, Frühschmidt Süß, wohl, schön, Frühschmidt Ich träg einmal den Ohrbüdel an So nach dem Tustat So'n schöne Einmut Für wie's waren Von uns weitscheid ein, dat Ich käme auch Biefschmidt Für wie Dat Muten auch mal weh'n Und das so'n grau Der Brusebrand Hätt's Seh auch lang nicht seh'n Das seh Der Kräger, schön, zu mir Wat bist du, du, mein Schong Ich seh' die Wahrheit, seh' die Föhr Ich käme ein Scharbeton Frühschmidt Frühschmidt Du mit Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Kannst mich mal fix an dem Ohr ist klein Süß, wohl, schön, Frühschmidt Süß, wohl, schön, Frühschmidt Ich sag' mir immer, wo so viele ausländische Titel im Fernsehen laufen, warum nicht auch mal sowas? Du kannst mir nicht erzählen, dass du's nicht verstanden hast Ich hab große Teile davon verstanden, kannst mir eine Morse klein und so weißt du Ja, aber es ist ja immer noch für weite Teile der Bevölkerung Darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja, ja Wir haben also Shampos Shampos für alle Ja, für uns beiden zum Beispiel, wenn wir alle sind, kriegen wir Shampos Und du bist ja nun ein Verfechter der norddeutschen Volk Lore Volk mit V geschrieben, Bindestrich und Lore groß Ja, oh ja, das ist richtig Die Volk Lore Ja Aber du singst ja nicht nur Plattütsch, aber du hast eigentlich schon da Volk Lore, diese unanständigen Lieder Kannst mich mal an Morse klein Oh mein, das gibt's doch nicht Nur rechte Platt, ne? Ich soll gratulieren zum 50. Ja, das ist aber der 51. heute, ja? Und ich soll die Schallplatte mal wieder entstauben Du siehst doch gar nicht wie 50 aus, höchstens wie 49 Ihr seid ja so gemein Ihr seid so gemein Ihr wisst nicht, wer das ist Ich hab sie seit einem Jahr nicht gesehen Es ist meine Schwester Anneliese Oh, 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 oh Nein! Oh, 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 oh Hast du richtig? Nein! Anna Elisabeth Voss, geborene Herr Dall, meine älteste Schwester Womit ihr auch wisst, dass ich der Jüngste bin Sag mal, wie haben sie dich denn hierher gekriegt? Das möchte ich mal wissen Mit der Bahn, weil kein Flugzeug gestartet ist in Bremen Alles voll Nebel Bremen ist voll Also zu Schmuck Ja, ja, dicht Rauchst du? Nein Ich meine, rauchst du? Das ist aber, ich bin jetzt etwas irritiert Nun, das ist Knut Kiesewetter Soll ich wieder weggehen? Nein, nein, nun bleib mal jetzt Müssen wir dich ja nun hier behalten Wir haben dich ja nun mit der Bahn eingeführt Das hat dein Lieblingsgemüse mitgebracht Ja Das finde ich toll Ich hatte letztens, normalerweise kriege ich ja Blumen mit Töpfen Ja An den Kopf Das ist ja wirklich ein Ding Nun, ich muss mich etwas fangen Darf ich das Ding runterstellen? Das ist echt hässlich, wenn man es nicht im Magen hat Ja Lächst dich auf den anderen Stuhl Da haben wir nachher noch Gäste Anneliese, ja Ich werde dich auch noch torgen Dich mache ich heute noch alle Das sage ich dir Doch, ich habe gerade mal den Kurt Der war gerade mitten in einem Satz Und wir müssen ihm die Möglichkeit geben, dass er den zu Ende spricht, ja Was war denn eigentlich noch? Es hat er sich ja keine Sau dafür interessiert Was du gerade gesagt hast Nun gibt es in Ostfriesland eine Ecke, die heißt Saterland Und da spricht man noch altes Friesisch Und da habe ich die hinter der Bar gefragt Ich kam auf das Wort Saterland in dem Moment Ich sage, wie heißt das hier? Da sagt sie Ammerland Da sage ich zu ihr Hier muss es in der Nähe irgendwo einen kleinen Landstrich geben Ganz in der Nähe, wo man noch altes Ostfriesisch spricht Wie kann das heißen? Das hört auch mit Land auf So wie Ammerland Da sagt sie, Sie meinen Nordrhein-Westfalen Ich sage, hören Sie Ich habe doch gesagt, es muss mit Land aufhören Und es muss hier in der Nähe sein Und man spricht Ostfriesisch da noch Also Land Da sagt sie, lassen Sie mich nachdenken Jetzt habe ich, Sie meinen Lappland Jetzt hast du Das ist mir so passiert Aber ich merke Du hast so lange reden müssen, bis die Leute einen müden Lacher haben Ja gut Ich gebe zu, dass es dadurch, dass es nicht Ostfriesland war, ist es auch nicht mehr so komisch Nun, Knut, ich muss dir erstmal meine Schwester fragen Ob sie was trinken will Höchwahrscheinlich sagt sie Ja, denn sie kommt ja aus dem Landstrich Das frage ich gar nicht erst da oben Lieschen, erzähl mal, woher kommst du heute aus Bremen? Du wohnst in Bremen? Ja Das ist eine Familie, drei Mädels Ich freue mich, da sind alles meine Nichten Wie geht es euch denn so? Na gut Ihr könnt euch jetzt auch unterhalten Hast du noch etwas Ihnen kurz zu sagen, bevor ich Nee, dass ich es zur 50. Sendung nicht geschafft habe wegen Nebel Und zu spät gekommen bin Das macht man nicht Von Bremen bis hierher braucht man eben 14 Tage Sie hat auch nur ein Tagesvisum für Luxemburg Es läuft um Mitternacht ab, aber wir schaffen es sicher noch Jetzt möchte ich an dieser Stelle euch ein Mädel vorstellen Du kennst sie nicht, du vielleicht Persönlich kennen wir sie alle Und zwar ist es die deutsche Miss Disco Queen Sie heißt Pet Pet, kommst du mal her? Pet Hallo Komm ich gleich mal nach rüber Hey Ja Bei dir gegenüber komme ich mir so ein bisschen klein vor Ja Was, ich kann dir Sorgen machen Wie alt bist du denn? Und hat die Schule dich heute freigelassen? Ja Also ganz im Geheim Ich werde 25 Das sagt man in dem Beruf aber nicht Okay, ich nehme es zurück Also das sagt John Collins auch immer Ja Ich meine aus John Collins kann man ja zwei 25-Jährige machen Ja Ja, könntest du recht haben Ja Pet, du hast von 1986, vom letzten Jahr also die Miss Disco Queen für Deutschland vertreten, kann man sagen Wie man eben als Vertreter zum Beispiel Teppichböden vertritt Ja Nicht ganz so Ich habe Deutschland vertreten bei der Europameisterschaft, die übrigens hier in RTL auch ausgestrahlt worden ist Und ich habe es erfolgreich vertreten zum ersten Mal den Titel von uns nach Deutschland holen können Ich bin jetzt auch Europameisterin Ja, das ist doch was Großartig Ja Und wie geht das jetzt so weiter? Irgendwann ist ja alles mal vorbei Jetzt kommt erst mal die Bist du Hausfrau? Nein, Hausfrau bin ich nicht, also da habe ich absolut gar kein Talent, leider zum Bedauern meiner besseren Hälfte Kannst du nicht wischen? Ich besuche schon immer was Wie die Gruppe Wischbarnasch, die Wischbarnadam Nee Also ein bisschen, wenn ich mit dich meinetwegen mal, wo wohnst du? In München In München besuchen würde, so eine Fertiggericht, Spaghetti muss da wohl drin sein, da kann man ja nichts kaputt machen Also Spaghetti bringe ich glaube ich noch zusammen oder so eine Bratwurst oder sowas, mal gucken Vielleicht strengt mich richtig an, wenn du kommst Wenn ich komme, strengst du dich an? Ja, ganz besonders Ich werde mich dann anschließend auch anstrengen Du vertrittst nicht nur Deutschland, also bei den Deutschlandwahlen, Europa oder Europa bei den Deutschlandwahlen Sondern du singst und tanzt, auch wir wollen dich heute in deiner vollen Bewegung sehen Ja, das ist ja das Wichtigste Ich möchte da ganz kurz noch was dazu sagen Eine Art Frauenbewegung machen, ja Also singen ist richtig, die erste Single ist fertig, Music ist Aber für euch habe ich heute schon das neue Stück mitgebracht Das glaube ich nicht wirklich Extra für dich, wir haben uns unheimlich angestrengt, heute Nacht ist das Band per Express nach Hause gekommen, dass ich es heute bringen kann Nein, das kann ich nicht annehmen Das ist ja wirklich, das ist ja reizend Und das, das tust du mir an Das tue ich dir an Und wie heißt dieses neue Stück, was per Express zu mir gekommen ist Also eigentlich heißt es Back to my Boy, aber vielleicht taufe ich es ja nochmal um, Back to my Carl oder sowas in der Richtung Würde dir das gefallen? Back to my Carl wäre gar nicht schlecht Ja, wäre gut, ne Aber da musst du immer als Background-Tänzer mitkommen und tanzen, ne Also wie damals bei diesen, wie heißt denn noch diese Cheerleading und so weiter Ja, nee, und da war auch noch diese Gruppe Jetzt dampft es hier schon wieder Da war diese, diese Gruppe, wo der eine immer rumtanzt Denn alle dachten, das sei Roberto Blanco Ähm, wie hieß der Breakdance-mäßig oder was meinst du? Breakdance war das, das hat nichts mit zu tun Nein, wir stehen nicht jetzt mit Back to the Boy Ja, und da bin ich um ihre Aufmerksamkeit I don't wanna let to be He means everything to me Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier, er hat heute Abend noch, oder fast jeden Abend ist er auf dem Kanal, er hat ja auch weiter kein Zuhause, wenn die, wenn die Sender dicht machen, stellt er sein Feldbett dann hin. Ich freue mich, ich habe mal vor ein paar Wochen ein kleines Bier mit ihm getrunken, aber der muss da gleich wieder moderieren, moderieren, und er hat ja nichts anderes im Kopf. Uli Potowski! Uli, du siehst also so... Ich wollte nur mal gerade fragen, mit wem du mich verwechselt hast, wir haben nie im Leben zusammen Bier getrunken, A, trinke ich kein Bier, als Sportler, versteht sich? Und stell mich doch nicht da bloß, man. Hat schon geklappt, das freut einen dann immer. Als Sportler? Na, wo hast du deine Wampe her? Das ist das Schlimme, er spielt immer auf die niedrigsten Instinkte an, und es klappt, erstaunlicherweise. Angequasselt hast du dir die? Könnte man sagen, ja. Ja, du bist also ein Goumi. Goumi. Ja.